Hallo zusammen, ich habe vorhin ein Video hochgeladen über den Polizeieinsatz in Bremerhaven am gestrigen Donnerstag. Der ist inzwischen viral gegangen. Er wurde ja mitgefilmt von den Angehörigen. Millionen international haben es gesehen, wie die Polizei mit Jugendamt ein Kind im Alter, einen Jungen im Alter von vielleicht 5, 6, 7 Jahren entzogen hat aus einer offensichtlich arabischen, vielleicht syrischen Familie in Bremerhaven. Ziemlich schreckliches Video, gegen seinen Willen natürlich entzogen. Übles Video, aber es wurde doch sehr stark verbreitet mit dem Hinweis, dass es entzogen wurde, weil die Eltern dem Kind beigebracht hätten, dass die LGBT-Ideologie und der Islam unvereinbar seien und deswegen wurde das Kind entzogen. Das haben wir jetzt zu millionenfach gelesen, vor allem im amerikanischen und im britischen Raum. In Deutschland geht es aber auch gerade viral. Ich habe dazu ein ausführliches Video gemacht, denn ich habe Informationen dazu. Ich habe Behördenkontakt und Kontakt mit Leuten, die den Fall kennen und habe da alles berichtet und auch medial analysiert, wie es dazu kommt, dass das so verbreitet wird in der heutigen Welt und wie das auch für eine sehr schlechte Medienkompetenz derer spricht, die das verbreitet haben. Das Video wurde gesperrt von YouTube und zwar nicht komplett gelöscht, sondern es wurde 18 plus gesperrt. Das heißt, ihr müsst nachweisen, dass ihr 18 Jahre alt seid. Ihr müsst euch einloggen, eventuell Altersverifikation machen. Kurz gesagt, es ist de facto gesperrt. Die allermeisten können sich das Video nun nicht mehr ansehen. Ich habe es allerdings komplett, also mein Video, habe ich komplett hochgeladen in meinem Telegram-Kanal, den ich euch unten verlinkt habe. Dort könnt ihr es sehen, auch ohne ein Login, ohne Altersverifikation, die auch gar nicht nötig ist, gesetzlich selbstverständlich bei diesem Video. Und dann könnt ihr es vollkommen unzensiert sehen. Das ist sowieso eine allgemein gute Idee, wenn ihr diesem Kanal folgt, dann folgt mir doch gerne auch im Telegram-Kanal, denn dieser Kanal in YouTube kann jederzeit verschwinden. YouTube ist da komplett intransparent und zensiert gerne. In Telegram ist das aktuell noch unzensierter, freier und offener. Ich habe Beschwerde eingelegt gegen diese 18 plus Einstufung von YouTube. Die Beschwerde inklusive Kommentar. Ich habe gesagt, Moment mal Leute, das Video kann man zu millionenfach überall sehen. Und ich habe es auch noch verpixelt, im Gegensatz zu allen anderen. Niemand hat es sonst verpixelt. Ich habe es verpixelt und ich habe es sehr sachlich kommentiert und Falschaussagen versucht aufzuklären. YouTube hat 30 Sekunden gebraucht, der Mitarbeiter, um da einfach nochmal zu klicken. Nein, wir haben es überprüft. Wie habt ihr das überprüft? Ihr habt nicht mal meine Erklärung gelesen. Wir haben es überprüft und die Sperre bleibt bestehen. Was wie gesagt bedeutet, dass kaum jemand es noch weiterhin sehen kann. Also schaut gerne im Telegram-Kanal rein. Da seht ihr das neueste Video unzensiert, falls ihr keinen Altersverifizierten Login habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.